Hallo Leute, der Arzahn 905 hier mit Let's Play Amnesia The Dark Descent. Ja, es geht weiter hier in dieser unheimlichen Burg, in diesem unheimlichen Schloss, natürlich wieder mit Facecam ganz klar. Und ja, wir sind Daniel und wissen eigentlich nichts genaues, was hier überhaupt los ist und sollen jetzt einfach mal gucken. Wir suchen nach einem sogenannten Alexander von Brennenburg und ja, schauen wir doch einfach mal, was hier passiert. Ah ja, rotes Schleimgebimse. Kann man nicht anlangen, die Tür geht auf jeden Fall so nicht mehr auf. Cool. Na gut. Schauen wir mal weiter. Hier sind auf jeden Fall wieder jede Menge Viecher. Sieht aus wie irgendwelche Käfer, irgendwelche Schnecken, keine Ahnung. Äh, genau. Jetzt waren wir hier in dieser defekten, kaputten Eingangshalle. Also es geht da runter. Ich schätze mal, da soll man auch hin. Jetzt, ähm, schauen wir doch einfach mal hier hin. Was ist denn hier so? Aha. Da geht's. Mhm. Was haben wir denn hier? Labor. Ach ja, da können wir rein. Wenn man nach Canterbury will, muss man Dover durchqueren. Er nahm sich einen Besuch vor, um sein schlechtes Gewissen gegenüber der vernachlässigten Familie zu beruhigen. Okay. Hier im Labor ist es ziemlich düsterig. Deswegen zünden wir hier mal eine Fackel an. Mhm. Wird's ihm schon wieder schlecht, oder was ist hier los? Sieht mir fast so aus. Daniel, bleib stark. Wir schaffen das hier. Hoffe ich. Irgendwas ist wahrscheinlich immer, aber... Irgendwie schafft man das Ganze doch immer. Nichts ist hoffnungslos, muss man immer so sehen. Oder aussichtslos, vielmehr. Da war doch mal irgendwas gestanden, oder? Nee. Äh. Organisches Material. Da geht's runter. Hm. Hier ist auf jeden Fall irgendwas eingestürzt. Aha. Ah, da liegt Öl. Nehmen wir mit. Selbstverständlich. Ach ja. Ich sag hier, diese Jumpscares. Auch eingestürzt. Hä? Irgendwas hat sich hier zersetzt. Na gut, wir können eigentlich nur einen Weg gehen. Das heißt, wir gucken mal hier runter. Und, äh, schauen doch mal, was es hier so zu sehen gibt. Ich zünd' hier mal an. Ah ja. Die Kisten. Ah. Eine Zunderbüchse. Hier irgendwas? Ne. Ach, Moment. Die Kiste kann ich aufmachen, oder? Ja. Sehr schön. Noch eine Zunderbüchse. Hm. Okay. What the heck? Mir scheint hier nichts Gutes zu sein, ganz ehrlich. Ah ja. Umlagerung der Chemikalien. Das Fehlen eines Schornsteins zum Ablüften der Dämpfe meiner Experimente hat sich auf meine gelagerten Ingredientien ausgewirkt. Einige scheinen nicht betroffen, aber viele sind durch die Dämpfe beeinträchtigt und werden schwierig zu retten sein. Ich werde tun, was ich kann, um sie in den Weinkeller umzulagern. Mit N kannst du schnell neue Texte lesen. Okay. Genau. Das heißt, wir müssen jetzt wahrscheinlich in den Weinkeller Notizen. Umlagerung der Chemikalien. Okay, das war das. Ne, dann sind es Mementos, ne? Chemische Ingredientien sind vom Labor in den Weinkeller umgelagert worden. Das heißt, wir müssen in den Weinkeller oder so. Keine Ahnung. Wir werden es erleben. So, was haben wir denn hier noch so? Kerzen. Weinflaschen. Naja, die Lampe ist leer. Füllen wir sie doch mal auf. Ach, hier ist Öl. Sehr schön. Das scheint nichts Wichtiges zu sein. Hm, manchmal ist es sicher, dass es mehr Coop-Racks gibt. Ich habe einen Seelen und Angst. Und eine Part, Aquaforce. Mal wieder einer der berühmten Flashbacks. Sehr schön, sehr schön. So, haben wir hier noch irgendwas? Nö. Na gut, dann scheint es hier nichts weiter Interessantes zu geben. Ich frage mich wirklich, was da unten drin ist. Aber hier können wir auf jeden Fall nicht durchbrechen. So, wie es aussieht. Na ja, dann haben wir einen Ofen. Ah, da ist eine Zunderbüchse drin. Hm, ein bisschen Regale. Ach, und hier haben wir auch noch was. Aha. Einen Chemietopf. Damit kann man vielleicht experimentieren oder so. Was ist denn das? Ah, Speicherpunkt. Eines Tages werde ich zurückkehren, wenn es nicht für dich wäre. Meine Liebste, wäre ich nicht in der Lage, weiterzumachen. Wenn ich diese schrecklichen Dinge tue, finde ich, troste dir. Solange ich noch an dich denken und nach einem gemeinsamen Leben streben kann, weiß ich, dass ich besser bin als alles andere. Ich weine um sie. Sie streben nach grenzenloser Macht, wo ich mich nur nach Gerechtigkeit und nach einer sicheren Rückkehr sehne. Alles klärchen. So, dann schauen wir doch mal die Schubladen durch. Eine Zunderbüchse. So, zünden wir mal hier an. Dann geht es uns gleich viel besser. Früheres Alchemie-Experiment. Das ist mein erster Versuch, künstliche Lebensessenz zu gewinnen. Die frühere Zusammensetzung war nicht stark genug. Aber ich fühle, dass ich fast am Ziel bin. Zink, Erz und Opriment müssen hinzugefügt werden und Koprit bindet sie gut. Dieses Mal werde ich Königswasser anstelle von Scheidewasser verwenden und hoffe, dass es eine gleismäßigere Lösung ergibt. Das Experiment war erfolglos. Die Lösung ist in hohem Grade säurehaltig und ist praktisch für nichts zu verwenden, außer vielleicht als Reinigungsmittel. Organisches Gewebe reagiert besonders heftig mit der Lösung und mit ihr sollte äußerst vorsichtig umgegangen werden. Vielleicht kann ich das ZZ verwenden, aber ich verliere langsam die Hoffnung, dass ich eine alchemische Lösung zu meiner misslichen Lage finden werde. Das haben wir uns anscheinend notiert. Chemische Ingredienzien will... Experimente im Labor haben bewiesen, dass sich aus Kombinationen von vier Chemikalien eine starke Säure ergibt. Gut. Das merken wir uns, denn das könnte noch wichtig werden mit der Säure. Bin ich mir ziemlich sicher. Na gut. Dann. Hm? What? Schauen wir mal weiter. Also in den Weinkeller sollen wir... Na okay. Dann gucken wir mal. Hm. Na gut. Eingangshalle. Die Tür schlug hinter ihm zu und er wusste, er würde den alten Schneider am Berkeleyplatz in London nie wieder sehen. Noch eine einsamere Seele mehr in London erschien irgendwie passend. Weinkeller. What? What habt ihr gesagt? What ist hier los? Aber wir müssen in den Weinkeller. Hm. Schauen wir mal runter. Die Tür ist verschlossen und lässt sich nicht ohne... ohne den Schlüssel öffnen. Hm. Finde den Schlüssel zum Weinkeller. Hm. Na gut. Naja. Das wäre auch sonst etwas zu einfach gewesen, ganz ehrlich. Okay. Jetzt hat hier jemand geschrien. Kann ich hier vielleicht doch runter? Raffinerie. Ah. Ja, 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 ja. Okay. Es ist widerstandsfähig und biegsam. Sie kann weder per Hand noch per Werkzeug geöffnet werden. Ich glaube, das gehört eher zur Natur, dieser Text. Aber gut. Eine Art organisches Gewebe blockiert den Weg zur Raffinerie. Kann es aufgelöst werden? Ach, und dafür brauchen wir diese Säure. Jetzt verstehe ich es. Okay. Äh, gut. Ah, ja, okay. Ne, so weit war ich, glaube ich, vom Spielen her damals auch schon. Jetzt müssen wir mal gucken. Aha. Okay. Lässt sich nicht bewegen. Ja, ist klar. Ist ja auch zugenagelt, ne? Aha. Hier ist verschüttet. Ah. Da liegt was. Ja, hier ging es anscheinend auch mal runter. Archive. Aha. Oh, da geht es auch noch mal runter. Wo geht es hier hin? Ach, hier ist aber auch zugesperrt. Lässt sich nicht bewegen. Na gut. Dann nehmen wir das noch mit und schauen mal in die Archive. In den alten Archiven waren wir ja schon. Dann gehen wir halt jetzt mal in die normalen Archive. Die anderen Kinder trufen und er aufgefordert wurde, es zu tun. Tue ich das hier wirklich? Dachte der kleine Junge bei sich und schlug sein Opfer mit einem Stein. Das tut doch weh. Oh. Hier schaut es schon etwas freundlicher aus. Naja, mehr oder weniger. Wie sieht es hier ein bisschen neuer aus? Okay. Defekte Türen. Kataloge. Hm. Gut. Hm. Naja, ob das alles hier so viel Vertrauen zu wecken, der ist, wage ich jetzt zu bezweifeln. Aber wir können auf jeden Fall ja mal gucken, ne? Hier liegt was. Wilhelms Vertrag. Hiermit biete ich Alexander, dem Baron von Brennenburg, meine volle Aufmerksamkeit und Dienste. Dieser Vertrag ist drei Jahre gültig und ich werde dann meine Freiheit wieder erlangen. Nein, außerdem empfiehlt Alexander, Baron von Brennenburg, meine Dienste, dem preußischen Königshof sowie dem Orden des Schwarzen Adlers. Möge niemand diesen Vertrag brechen. Wilhelm Hausgerich. Ja, es hört sich fast an, wenn wir vom Land her in Deutschland wären. Äh, allerdings etwas länger her, als jetzt nur zehn Jahre oder so. Rein vom Gefühl zumindest. Hm. Na gut. Warum nicht, sagen wir mal so. Das Mittelalter war auf jeden Fall trotzdem spannend. Und auch wenn es sehr blutrünstig war, stellenweise zumindest. Hm, cool. Und hier kommt Licht rein. Was haben wir hier? Studie. Ach so, jetzt sind wir wieder hier. Na dann schauen wir doch erstmal hier rein. Seltene Bücher. Hier kommt auch etwas Licht rein. Nichts im Kamin. Ich randalier hier gleich mal wieder. Dass es immer so gut ist. Na gut. Wir plündern erstmal wieder die Schippe, in denen diesmal nichts drin ist. Schade. Aber hier war auf jeden Fall irgendwas los. Weil irgendwas hat hier die Tür durchgebrochen und hier kam anscheinend auch irgendwas durch. Na gut. 16. Mai, 1839. The unflinching African sun has continued to plague our expedition. Making it impossible to dig until dusk. How Professor Herbert managed to find the location in these vast plains of nothingness remains a mystery to me. When I asked him about the tomb again, he told me about the legend of Tin Hanan. The mother of us all. An interesting story in its own right. But I can't help feeling there's more. Later that evening, we uncovered a passage beneath the dunes, leading to a sand-covered stone structure. The Professor was confident it was the tomb we sought, and ordered the others to clear the way late into the dark, cold night. Tomorrow, I shall lead the men into the ancient structure, hoping to reach the burial chamber. No matter what the Professor is keeping from me, the dig should yield something interesting to take back to London and the British Museum. Okay, ein Tagebuch-Eintrag von Daniel. Und anscheinend ist es doch noch nicht so lang. Ja, 1839 ist jetzt, würde ich einfach mal sagen, die frühe Neuzeit schon. Kann man schon so sagen. Äh, so lang? Oder, oder, ich sag jetzt mal, ja, so alt ist das Ganze ja auch noch nicht. Naja, gut, gut zu wissen, sagen wir es mal so. Wir zündeln hier mal, dass es hier etwas heller wird. Und gucken einfach mal. Okay. Große, lange Gänge. What? Ah, man kann rausschauen. Bäume und Silent Hill-Nebel. Voll vertrauenserweckend und so. Mhm. Okay, hier ist auch irgendwas durchgebrochen von oben anscheinend. Gut. Geschichte. Sind wir denn jetzt zum Teufel? Oh man. Oh man. Schubidubidu. Na, ich glaube, ich schaue mich erstmal da vorn weiter um. Zielloses Rumrennen hat noch nie was gebracht. Äh, planloses Rumrennen meinte ich natürlich. So, hier waren wir. Und hier waren wir noch nicht. Genau. Studie. Schaue mal hier rein. Gut. Hat hier jemand was gesagt? Please? Hm. Anscheinend nicht. Na gut. Irgendwelche alten Nachthemden. Und sonst nichts interessantes. Hier haben wir wieder einen Text. Äh. Sonderwüchse. Okay. Okay. 17th of May, 1839. My hands tremble as I write. I feel the need to document my tribulation for I fear that my memory will fail me if I linger. Today, I took some men and ventured into the dark ancient passage we uncovered. Our torches burned faintly in the murky air as we slowly made our way underground. The men were superstitious and fearful. They argued loudly and I felt their strange language getting to me. I mustered my strength and yelled at them to continue down the slopes and broken steps. The crudely carved passage confused me. It looked much older than the 4th century structure we had expected. The twisting path emerged into a great antechamber. The walls were lined with statues unlike any I'd ever seen. Despite their unearthly quality, I felt a strange familiarity toward them, which haunts me still. At the far end of the chamber, a great slab of stone sealed off whatever lay ahead. I gave the order to raise it. And as I pushed through the narrow space, the heavy stone dropped suddenly, sealing me inside. I was trapped. Then is that here soweit abgeschlossen. Then schauen wir mal weiter. Rennen wir hier nochmal durch. Kann man hier eigentlich an den... Cool. Das war wirklich gruselig. Hat mich kurz erschreckt. Find ich gut. Find ich gut. Okay. Dann schauen wir jetzt hier nochmal rein. Äh, Geschichte... Hier war die Studie genau. Von hier kamen wir. Alte Bände. Ah ja. Oh. What? Das Klavier spielt! Oh mein Gott! Was ist hier nur los? Irgendwas ist hier nicht gut. Man merkt es deutlich. Irgendwas geht hier ab. Ach, und ob man immer wissen will, was das ist? Ich habe keine Ahnung. So. Gleich nochmal die Lampe nochmal filmen. Dann schauen wir uns hier weiter um. Nö. Hier ist aber anscheinend doch weiter nichts. War das nur ein Raum, der mich verarschen will hier oder was? Ich glaube, es geht los. So. Zünden wir hier die Kerze an. Schauen in die Schiffe. Geschichte. Hier lässt sich nicht öffnen. Es ist abgebrochen. Die Tür zum Geschichtszimmer ist versperrt. Gibt es einen anderen Eingang? Keine Ahnung. Eventuelli. Ja, aber hier spielt keiner. Ich kann auch nicht spielen. Na gut. Okay, naja. Dann werden wir trotzdem mal gucken, wer hier auf dem Klavier gespielt hat und wie es hier weitergeht. Daher am nächsten Tag desend. Wir werden es erleben. Ich bin der A2105. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Und ciao, ciao.